Das morgendliche Trinken Seit 18 Jahren ist Colonel Joe mit seinem Betreuer zusammen, dem Belgier James Tweedbois. Nur er darf alles mit ihm machen. Die beiden haben eine ganz besondere Art Zwiesprache. Zuneigung im wahrsten Sinn des Wortes. Elefanten haben ein hoch entwickeltes Sozialverhalten, das sie auch den Menschen gegenüber zeigen. Elefanten haben ein hoch entwickeltes Sozialverhalten, das sie auch den Menschen gegenüber zeigen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Weicheleinheiten im Liegen. Blutentnahme bei Joe Er macht überhaupt keine Schwierigkeiten. Er macht die Schmutz. Vielen Dank.